So, herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Willkommen zu einem neuen Video zurück. Herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück, auch von mir. Und wir haben gerade festgestellt, scheinbar habe ich die Rüstung leider doch nicht aufgenommen, obwohl ich mir so viel Mühe gegeben habe. Das heißt, ich weiß jetzt irgendwie nicht, ob wir da wieder wieder runter sitzen möchten. Ich würde mich einfach nochmal runter begeben. Warte mal, lass mal jetzt ein paar C4 bauen. Und dafür die Leiterplatte. Ja, und ich sollte vielleicht auch was essen und was trinken. Münzen, Frankstoff, Frankstoff, Münzen. So, Münzen. Was warst du mit dem Münzen im Winter? Ich müsste eigentlich ein paar aufgesammelt haben zwischendurch. Glaube ich. So, wir essen ein paar rohe Beine, bisschen rohes Fleisch. Münzen, weißt du, wo die sind im Winter im Winter im Winter im Winter? Ähm, ja, die sind unten bei den kleinen Sachen. Meine ich. Ne. Und wo waren die Münzen? Such mal du, weil ich sehe es nicht im Winter im Winter im Winter. Bei mir leuchtet alles. Ah, ich habe sie. Hab sie unter der Maske. Hab sie. So, ich mache mir auch noch kurz zwei Mollys. Ne, macht sie hier Mollys dazu. Vor allem die greifen die ganze Zeit weiter an, wenn sie gemollt hast. So, C4. Wie mache ich das? Ich habe die ganzen Sachen gar nicht dafür. Ne, Tech-Rüstung. Okay, dann nehme ich mal noch. Das Ding ist halt, es ist so dunkel unten. Ah, ich habe eine Zeitbombe noch. Ja, das ist nicht so viel. Ähm, warte mal, das ist auf acht. Ich muss kurz acht gucken, wo meine... Das nehmen wir manchmal auf zwei. Ich schaue mal, ob die mich akzeptieren mit der Goldrüstung, ja? Ja. Könnte ja sein, dass das hier irgendwie... Oh, ich kann... Oh, es ist ein bisschen warm. Nicht so gut. Ich mach dir jetzt mal nach dem Arm reing, ja? Ich schaue mal euch jetzt nicht. Gebe weiter in den Arm. Ja. Ähm... So, der Fuß ist schon mal gut. Das wird sicher nicht gut. Hä, bist du blöd, Junge? Hä, bei mir wird der Screen angezogen. Was machst du, Junge? Ich hab Hunger, lass mich in Ruhe. Oh, ich bin geil. Egal, ich hab noch ein Street-E-Cinny-Minis. Ich kann sich deine Finger rauslassen. Ja. Das ist immer so geil, wie du die leichten Teile siehst. Ah. Hallo. Junge, das nervt mich jetzt gerade voll, dass der das nicht aufgenommen hat. Aber vielleicht hab ich's dann abgebrochen, aus Versehen. Das ist blöd, das zu drücken. Ne, ich hab ja eh gedrückt, aber ich glaub, ich bin zu früh weg dann. Das Ding ist halt... Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Doch, der Fuß ist gut, oder? Ja. Hast du auch das Auge? Ey, ich wollte den essen. Das ist mein Fuß. Du hast doch gerade zwei Füße von mir abgerissen. Warum soll ich dir dann noch ein drauflegen? Ne, ähm, mein Ziel ist eigentlich, nur einfach kurz runter zu rennen, zu der Ding. Aber hier geht's raus aus der Höhle. Und da brauchen wir auch nicht wieder einen Eingang rein und wieder 15 Minuten reinrennen. Okay, das Problem ist, ich hab halt gar keine Rüstung mehr, ne? Ich auch nicht. Ja, aber du hast halt die Rüstung an. Die schützt ja auch, glaub ich, oder? Aber die Goldrüstung, die ist, glaub ich, wichtiger Quatsch. Okay, warte, ich mach mir ein bisschen Knochenrüstung mal, zumindest noch. Ich geh mal ganz kurz schauen, ob die mich respektieren. Ja. Aber deine Stehbsitz da unten. Die warten ja immer noch auf mich. Nee, das ist nicht so gut. Und so? Nee, die respektieren mich nicht. Dann we have a problem. Ich überlege gerade, wie wir das überhaupt dann machen sollen. Macht überhaupt keinen Sinn. Ich nehme am besten gleich mal Granaten in die Hand, oder? Hier, ich mach's mir auf Nordkey. Du kannst es ja nicht in die Hand nehmen. Ja. Ja, meinst du, ne? So, ich komm mal runter langsam, oder? Ich komm mal hoch. Ach so. Sollen wir nicht runter? Ach, Junge. Doch, Junge ist runter. Oh, man sieht das auch fast nichts. Wie weit war denn das? Die chillen direkt da unten. Wir warten schon auf dich. Oh, ja. Wo war diese Rüstung? Soll ich schon einfach schnell zur Rüstung rennen und dann nochmal hochkommen? Die Rüstung war bei dem goldenen Rüstung. Die ist nicht so weit weg. Es kann auch sein, dass die einzigen sind, ne? Komm mal mit runter. Wart kurz, ich bin unten, ich bin unten. Jetzt hat er sie gesammelt, okay. Junge, du kannst froh sein. Hä? Jetzt sind sie wieder weg. Warte, hinter dir. Achtung, weg! Achtung! Hey! Du bist aber auch so... Ja, wo soll ich denn weg? Du sagst, Achtung, weg! Ich sag, Achtung! Und du rennst los! Junge, hier sind so viele von denen, ne? Oh, die beten hier! Ah, ne, das ist die erste Machen. Aber irgendwie, glaube ich, man ist schneller als sie. Also, die sind nicht so agil. Ich glaube, den kann man ausweichen. Müssen wir mal ein bisschen weiter rennen, kurz. Wohin? Davor? Hier sind wir noch nicht gewesen, oder? Oh, das war keine gute Idee, zurückzuschlagen. Ab und zu auch, wenn zu rennen, wegen Mr. Mina, ne? Ja. Ich bin gleich down. Du... Die trauen sich nicht so richtig an. Ich kann sie an, ich schau... Ja, du musst... Okay. Halt den ab. Warum ist denn jetzt meine Teilnahme aus? Oh, der hittet mich trotzdem. Die trauen sich nicht richtig an, ne? Ne, die trauen sich nicht richtig an. Leucht mal bitte. Nein, gerade nicht, warte. Hinter dir. Der ist fast tot auf jeden Fall. Egal, also, die haben aber auch... Die fressen aber auch halt. Ja, der ist tot. Ja. Braucht die Pfeile wieder. Fing mal, kannst du auch, nämlich die Pfeile wegzunehmen? Ich habe nichts gemacht. Hinter dir kommt noch einer. Hm, ja. Komm, lass den kurz weg fixen, Digga. Die können doch nicht jetzt Angst vor sowas haben. Oh, der ist tot. Du brauchst ganz offen, um mich zu schlagen. Ja, ja, ich wollte nur beenden. Kurz. So. Wo ihn jetzt? Okay. Dann... Das haben wir, glaube ich, erst mal unsere Ruhe. Digga, warum haben wir denn überhaupt so Angst gehabt, wenn die gar nichts aushalten? Also hier war die... Hey, achta. Ist noch einer? Hä? Äh... Äh? Achso, die haben aber auch ein paar Granaten kassiert zwischendurch, wahrscheinlich, ne? Das kann auch sein. So, dann gehen wir jetzt erst mal zurück hier. Ja, warte mal. Äh, wir sind jetzt einmal im Kreis gerannt, ne? Ja. Okay, wo kamen wir her? Hier vorne. Glaube ich. Äh? Da sind wir doch halt hergekommen. Ne, wir sind irgendwo... Da sind wir ja gerade hergekommen. Ja, was passiert. Warte mal, wo waren wir denn? Waren wir hier durch? Hier. Ja, von da. Ja, dann gehen wir da lieber nochmal zurück, oder? Weil das war jetzt, wo es die 30 verschiedenen Wege gab. Ja. Ja, ja, okay. Sehr gut, wir sind weg, Freunde. Freut ihr euch? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ach, mein Gott, ist das schön. Es macht Spaß, wenn man einfach gut in dem Spiel ist. Kann es sein, dass du richtig langsam regenerierst, wenn du diese Rüstung anhast? Äh, also irgendwie habe ich nur... Äh, so Schaden bekommen. Ja, ich auch. Ja, ich check's nämlich nicht ganz wie das. Ich weiß auch nicht. Aber irgendwie habe ich auch gar keinen Schatten gefügt bekommen. Äh, jetzt ist die Frage, ne? Kommen wir hierher? Ja, kann gut sein. Ne, sind wir runtergelaufen? Ne. Das ist schon wieder ein Antwerpweg, oder? Ah, ne, das ist der Teil, wo wir runtergerutscht sind. Ah, genau. Ne, 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 da ist das Seil. Da sind wir runtergeglaubt. Ja, dann müssen wir wieder hoch, oder? Aber da ging's ja noch... Es ging jetzt nach links und nach rechts. Ah, ich glaube nicht hier, das war weiter oben. Warte mal, ich geh nochmal schauen. Ja, das war nämlich weiter oben. Ich meine, im Wasser ging es links und rechts. Ich füge mir das ganz kurz nochmal an. Hm? Schau mal rein. Ja, hier ging's. Ne, 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 du hast recht. Gut, ich komme zu dir. Junge, es ist so dunkel, es fuckt so ab, gell? Junge, die Babys sehen so wie gesagt aus. Dass wir nur diese Drecks-Taschenlampe haben, das geht so auf die Eier. Okay, so. Es fuckt auch so ab, dass man diesen Tauchanzug die ganze Zeit wieder ausziehen muss, ne? Ja. Ich hoffe, es sagst sowas. Oh ja, ich hab den auch noch an. Immerhin können wir ihn über der Rüstung tragen. So, genau. Hier sind wir an diesem Kajak-Ding. Warte mal kurz auf dich. Hier war der Boots-Club. Der Ur-Einwohner-Boots-Club. So. Jetzt... Ah, jetzt mussten wir hier durchs Wasser wieder durch, ne? Hier drüben auf der anderen Seite. Das ist gar nichts mehr. Doch, hier durch. Ah ja, doch, genau. Links weiter und rechts. Wir sind erst links oder rechts rum? Erst rechts, oder? Wo ging's denn da links noch weiter? Weil rechts ging's ja... Was war rechts nochmal? Da mussten wir springen. Ne. Da mussten wir aber auch ein Seil runter. Ui. Hier sind Zwillinge. Also, willst du da durch? Ja. Oder was war links noch? Keine Ahnung. Hier haben wir gesagt, wir gehen erst links lang. Gut. Erst rechts. Jetzt könnte ich mich hier ausgleichen. Oh, hier ist ein Energies. Ein Gunner-G? Ein Gunner-G. Was ist eigentlich für ein Scheiß jetzt mit diesem Gunner-G? Ich hab das nicht mal gecheckt. Bei wem ist das jetzt? Der Monte hat da uns einen Energy rausgebracht. Wer? Der Monte. Oh, nice, nice. Cool. Oh, wir sind wieder ein paar Gegner dabei. Bringt der bald auch ein Eis-Tee noch raus? Und macht nur eine Shisha-Bar auch? Fünf, ja. Die Gunner-Bar? Oh, ihr seid ja süß. Egal, also ich schraff gar nichts mehr. Die Höhle finde ich absolut übertrieben jetzt. Wollen wir ihn halten? Nee. Den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, ne? So, können wir hier tauchen? So. Hinter dir. Ui. Das sind einige. Höh, wo kommt der denn her? Oh, Junge, ich bin tot. Also diese Goldrüstung prägt irgendwie gar nichts. Ja. Hinter dir, Achtung. Oh mein Gott, Digga. Ist das auch tot? Ja, gleich. Ja. Scheiße. Oh, ich bin wieder. Der hat mich direkt. Junge, Junge. Achtung. Digga, die fucken mich gerade echt ein bisschen ab. Egal, ich bin schon wieder tot. Nee, ich bin nicht tot. Alter. Ich bin 1-inch für Junge. Ja, renn weg einfach. Oh mein Gott. Ich bin tot. Ich habe keine Stamina. Scheiße. Ich habe keine Stamina. Oh! Ich muss weg, ich muss weg. Ich habe keine Stamina. Blocken, blocken. Rechtskrieg. Ja, aber das hilft ja auch nicht viel. Du fixest auch zu ein bisschen Schaden. Oder? Oh. Woher rennen wir? Oh, da sind noch mehr. Ich renne einfach weg. Okay, ich komme mit. Rennen wir in die richtige oder in die falsche Richtung? Keine Ahnung. Okay. Also hergekommen sind wir hier auf jeden Fall nicht. Okay. Sind da noch mehr? Vor allem die Hülle macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben seit einer halben Stunde nichts entdeckt außer eine Goldrüstung. Ich gebe mir kurz mehr nicht hin. Jetzt bin ich hier stuck. Jetzt komme ich hier nicht mehr dabei raus. Komm nicht raus. Doch. Komm ich nicht. Oh, ich auch nicht. Ich auch nicht. Doch, ich bin raus. Du musst. Irgendwie backst du dich raus wieder. Oh nein. Oh nein. Die ganzen Bücher kommen. Ich bin wieder stuck. Oha, Digger. Wie stark sind die? Bist du wieder stuck? Nein, aber fast. Ich renne jetzt hier einfach durch. Komm mit. 1 HP. Oh, hier ist Wasser. Komm, wir können ins Wasser. Ist das der Anfang von der Höhle? Nicht das Wasser mit den Händen? Wir sind auf der anderen Seite rausgekommen hier. Also brauchen wir gar nicht nach links gehen. Nee, da war jetzt nichts oder haben wir irgendwas übersehen? Das ist nicht das. Nein, das war doch nicht so winzig. Doch, doch. Das ist die. War doch nicht so klein. Guck, hier vorne sind wir rein. Ey, diese Höhle facken. Du bist auf. Hier vorne sind wir rein. Ich habe einfach nichts gebracht die letzten 45 Minuten. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt die Goldrüstung noch tragen will. Nee, ich bin jetzt nicht anders. So, ich gebe mir jetzt noch eine Ganaji. Ah, tut das gut. Wo bist du denn hin? Hä? Hä? Also, dein Name war gerade die ganze Zeit oben in der Decke und ich dachte, du bist durch die Decke geklitscht. Okay, so, wo gehen wir jetzt hin? Eigentlich da, wo wir rauskommen wieder, oder? Ich kann doch mal auf die Reion, das ist so unnötig. Ja, komm, dann gehen wir hier raus. Hier drüben. Das ist einfach nur Gold, was leuchtet, Digga. Ich meine, dieses Mäste ist mir nicht eingefallen. Ja, wir haben die Goldrüstung, haben wir immerhin. Die ich aber nicht so viel bringe. So, kommen wir heute nicht schnell, oder? Na gut, dann lass sie rüber raus. Hast du mir doch auch immer nicht hergegangen? Doch, dann sind wir doch raus, bei den komischen Viechern. Du sagst, lass sie drüben raus und kletterst auf den Stall. Ja, hier, wo wir lang gegangen sind, Freunde. Also, wir überleben das wieder. Komm, wir haben. Hoffentlich sind die links noch tot. Ich fand die links. Ja, wer weiß, vielleicht geht die Hülle ja noch weiter, wenn man nach oben geht. Ja, wir haben ja 80 verschiedene Dinger übersprungen, aber wir waren jetzt auch schon in 10 Jahren drin und haben aus 10 Jahren nichts getan. Ja. Oh, nee, ich hörte dich schon wieder. Nee, hier sind wir reingegangen. Nein, nein, hier sind wir. Nein, hier sind wir. Hier sind wir reingegangen, wo man gesagt hat, hier kommen wir wieder hoch wegen dem Seil. Da hinten ist das Wasser. Komm, wir gehen gerne lang. Ja, ich weiß, aber da ging es ja nach oben. Da will ich ja hin. Ja, nee, da will ich aber nicht hin. Ich will ganz zurück. Ich will das nicht aus der Höhle rauskletterern. Ja, aber ganz da hinten gab es noch nichts mehr, oder? Absolut unzufrieden. Natürlich unbefrieden. Ich glaube nicht, dass es da noch was gab. Doch, wir müssen da, wo wir ursprünglich hergekommen sind. Das ist nicht von da. Gut, ich vertraue dir. Ja, das habe ich verstanden. Das ist nicht von da. Das habe ich verstanden. Wir haben einfach misskommuniziert. Einfach damals aneinander vorbeigeploppert. Ja, ursprünglich sind wir hier irgendwo hergekommen. Ja, genau. Ach so, wir sind doch hierher getaucht, oder? Kann das sein? Ja, oder? Doch, es sieht so aus, weil hier ist... Ja, wir sind hierher gekommen. Ah, da fährt. You're right, you're right. Yes, yes. Ach so, wir sind hierher reingefallen, oder? Nee. Hä? Ja, wir sind doch ins Wasser gefallen, Junge. Ach so, ja, dann müssen wir ja das andere Ding nehmen. Dann müssen wir zu diesem... Ach, egal. Ich bin Bock mehr, Alter. Machen wir eine neue Folge? Ja, wir haben jetzt 20 Minuten gar nichts gemacht. Da können wir auch keine Folge draus machen. Da sind wir im Kreis geraten und in fünf Wacken gestorben. Ja, und? 24 Minuten. 20 Minuten, da sollte sie sich zufriedenstellen. Na gut, okay. Wir sind zufrieden. Also, Freunde, wenn ihr sauer seid, dann wisst ihr, bei wem ihr euch beschwert. Bei Channing Tatum. Nämlich. Ich tue mich gerne auf mich. So, alles klar. Haut rein, Freunde. Macht's gut.